ja freunde was wird die natur ohne ferienpark dann bin ich wieder der mann mit der guten laune so sieht es nämlich aus dahinten ist der ferienpark ist das toll ist das eine kulisse hier ja schauts einmal hin ich bin immer noch im selben ort wohlgemerkt vielleicht kommt er drauf ich zeige euch doch einmal hier ein paar schöne ruhige beschauliche momente mit diesen bildern klicke ich mich erst mal aus und dann kommt der wirkliche große applaus